Heute zeige ich Ihnen, wie die Niederfrequenz auf die Alufolie übergreift. Jetzt ist die Sicherung noch reingedreht und jetzt sehen Sie 18 Volt pro Meter bei eingedrehter Sicherung. Und wenn ich bei meinem Bein messe, habe ich auch 6 Volt pro Meter jetzt in meinem Körper. Jetzt nochmal dasselbe bei rausgedrehter Sicherung. Sie sehen nur noch 1 bis 2 Volt und die Folie berührt außen herum nichts und auch an meinem Bein sehen Sie nur noch 1 Volt pro Meter. Wenn die Sicherung rausgedreht ist, ist auch die Belastung in meinem Körper zurückgegangen. 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 ắng